So, kommen wir nun zu Tore-Tingelei mit Bibi-Peach. Das ist kein Spaß. Hier kommt Bibi-Peach und das Bibi, das Bibi-Pub. Papagate-Spruch kommt, ne? Pinball! Pinball mit Peach und Bibi-Peach. Oh, jetzt wird es richtig schön. Brutal mit Bibi-Peach. Oh! Bibi-Peach, Pinball-Land. Tum, tum, tum. Und wir haben es geschafft mit Bibi-Peach. 40 Stück. Tada! Tada! Sehr schön. Tum, tum. Tum, tum. Tum.